auch auf den Weg wenn ich das so sehr will ich auch Roller fahren warum hab ich eigentlich keine Rollerfahrer geschafft egal tut hier jetzt nicht zur Sache dass ich mit 200 Sachen durch die Innenstadt fahre ich glaube du hast dich gleich verschätzt definitiv nicht mehr mit 530 voll durch die City sie wie ich da habe wie beim Motorblock und wie soll er sich wenn man während des Autofahrens die Motorblock sieht und dass es nicht beabsichtigt ist etwas falsch das ist ja was passiert was passiert was nicht beabsichtigt ist aber wir wissen schon was ich war das Auto ist schmerz ich meine dieser Fahrt hat bestimmt das Auto geschuld ja natürlich dass es existiert wird existiert passiert in diesem Fahrt aber dass die Fahrt so verläuft wie sie verläuft daran ist das Auto schuld nicht hauptsächlich schuld dann tanken wir doch mal dann tanken wir doch mal auf welcher Seite ist der Tank ich hoffe nicht auf der linken sonst haben wir ein Problem ja aber links dann auch irgendwas aufzukriegen und was Hals zu stöpseln wird schwer wir haben vielfacher Kidwerfer damit klappt das schon mit der vielfacher Kidwerfer ist ja der für Zweck ich wollte auch nur Tag hey wir noch die Betrugung liegt dabei wahrscheinlich auch noch oh Gott Feuerwehr ich brauche ein Flugfahrzeug wir sind schon wieder neue Schulz-Vagina äh wir gehen da auf und davon jetzt springen wir über den Horizont und noch viel weiter wir sind gesprochen sowohl pass auf wir springen jetzt bis über das Haus also ich hatte ja erst nicht mehr gegen es ausgekommen ich hätte ja jetzt nicht gedacht dass du überhaupt schmuckst wo sind wir hier wo fahren wir hin was machen wir wir fahren links und machen rechts wir machen hol dir mal ein Jet oder ein Flugzeug irgendeine Art von Flugzeug also zum Flughafen ja oder du holst dir einen aus dem Schwarzmarkt viel zu langweilig wobei wo ist der Flughafen der Flughafen ist wenn du etwas weiter wegzoomst da rechts da ja etwas weiter unten und da ist er da fliege ich weiter doch mal hin um uns ein Flugzeug zu holen also du holst dir ein Flugzeug um dir ein Flugzeug zu holen sie gegen diese unbestechliche Logik habe ich nichts zu sagen das ist gut solltest du das ist kein Flugzeug also was nehmen wir mit dem großen? ne, den kleinen den kleinen mit dem großen dürfte man leichte Probleme haben dort zu starten wo du gerade bist ach fett sei vorsichtig damit so weiter jetzt alt das steht leicht ungünstig zum starten ich sagte leicht ungünstig nicht sehr ungünstig das kümmert mich ja jetzt sollst du es klappen wenn du nicht gegen das herrn kennst du kennst wie gut ich gegen das herrn fliegen kann ja genau deswegen du weißt wie ich im allgemeinen sehr gut fliegen kann auch fliegen kannst du im Spiel eigentlich gar nicht schlecht das stimmt allerdings das ist echt teilweise respektabel weißt du ja gerade auch im battlefield in Vietnam ja ju da ist es jetzt aber auch naja äh ich würde nicht ins Wasser könnten wir auch mal das Play, oder? machen wir sehen wobei da die Grafik nicht zu wünschen übrig lässt ach doch man filmt sich noch zwei bis drei jahren Spielstunden also jahren ja ja in etwa pass auf dass du da nicht gegen die Gebäude klickst ja fährst ich fahre nicht, ich fliege hab ich eben fahren jetzt? ja entschuldigung Blockwurst Blockwurst das hab ich dir schon gemalt ach Blockwurst okay das heißt Blockwurst nicht Blockwurst und Tittenfisch genau ja diese Grafikkarte kommt nicht hinterher ich nicht nein das haben wir ja häufiger ja aber es läuft schon es läuft schon das hörte ich bei der Playstation auch schon mal bei GTA San Andreas bin ich über die Autobahn gefahren und das einzige was geladen wurde sind diese Schmutzflecken auf der Fahrbahn aber nicht die Autobahn selber so wir sind da daran konnte man sich wenig orientieren dann landen wir doch mal aber nicht im Wasser hab ich mir vor aber ich muss ja irgendwie das Lande war dann dran ja das sind Laternen das ist sehr günstig oh Gott die Laternen hast du Gott sei Dank verfehlt hm du bist vielleicht ein wenig tief ich meine vor der Landebahn steht noch was was ach ne es sah nur so aus als wenn da irgendwie so Scheuklappen äh Klappen solche Klappen halt ha 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 das war jetzt deine dritte Landung die du überlebt hast in diesem Spiel Aua hey sah doch mal gar nicht so schlecht aus oder? Dö dann fahren wir mal zu den Flugzeugen äh die sind weiter links hab ich ja vor aber ich muss erstmal die Abbiege die sind nicht offizielle Abbiege wir fahren gegen das Schild ja eine offizielle Abbiegen bist du schon vorbei ja ich weiß aber egal ich wollte doch noch gar nicht in die Luft haha aber das war auch bei dem Start ja ne ich hab's halt drauf äh langsamer zumal so vor aber da ist die Landebahn zu Ende der Alter scheint den an und jetzt wenden ich will eine schöne 2-Punkt-Wendung sehen hier ich will rückwärts fahren kann das Ding doch gar nicht ich werde kein Punkt wenden das kann rückwärts fahren nein irgendwie bestimmt und wenn du von vorne schaffst wenn ich gegen Felsen fahre und dann wieder zurückpralle ja soll er jetzt ein großes Flugzeug? ja das was da steht genau das was da steht genau das was da steht genau das was da steht steige aus verdammt ja lässig Zeit zum Aussteigen es war aber unglaublich lässig ja Gas geben und hochziehen nicht so wie es sich gehört auf die Startbahn jetzt ist da so perfektes Flugzeug vor mir ja von daher hat Gas geben und hochziehen auch nicht geklappt weil das wird auf dieser Strecke sehr eng ich meine das klappt aber es ist sehr eng ja vor allem weil da noch ein Flugzeug stand wir hätten das wahrscheinlich total mitgenommen hatten wir doch schon mal ja wie gesagt wegen dem Flugzeug ist auch nicht geklappt aber du musst warten bis das Flugzeug jetzt gestartet ist nein ich muss aber nicht auf die Linie hier fahren oder was? ich sag ich muss aber nicht auf die Linie hier fahren ne ne aber du sollst dich schon so ein bisschen an der Linie orientieren weil sonst bist du sonst wo also ich sag mal man kann sich schon an den Linien so ein bisschen orientieren die Linien sind seine Freunde nicht deine Feinde nochmal schneller da vorne anzücken überdrück mal den Zeh weg nein schade ah da finden wir gut her Gas 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 hier hoch hochziehen ich sag mal hochziehen ich weiß was ich fahre aber richtig schön hinten rein ja ok tu mal gut das ist dein Auftrag für die geh diesem Flugzeug hinten rein dass du ja noch den Auftrag erfüllen kannst stimmt war der scheiße Gessinger biegt ne das zieht erstmal hoch so ungefähr über den Berg und biegt das glaube ich ab kennst du mich nicht mit den Fluglinien machen ne ich hab mich mal auf so'n Ding draufgestellt und hab einfach nichts gemacht hab ich dann schnauziert ja das war abrupt aber schlussig ey wie voll schneller als die warum wer für Passagiere dabei ich hoffe ja nicht ich dachte wir hatten Leerflug anscheinend nicht wolltest du nochmal oh jo 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 naja gut du willst wieder auf den angenehmen Stuhl, wa? jawoll ich hab Rücken weiter ich hab auch Rücken ich hab auch Rücken und ich hab grad ich hatte eben 57 frames für die Sekunde jetzt gerade hab ich 30 30 sind auch vollkommen in Ordnung Alarm wir haben Feindkontakt alle verfügbaren Einheiten in der Gegend vorrücken bitte aber ich weiß was ich mache bitte einsteigen ja werd ich schon jetzt schon einsteigen äh Mark Storm 3 so mein Freund tu ihm das nicht an doch er kann nichts dafür doch er ist nun mal so nein oh doch nein wohl es ist alles seine Schuld er wird dafür bezahlen ich bin zum Beispiel in den Baum gefahren ich nicht dafür bist du jetzt aber auch angehalten leider hast du wuhuu also dann hab ich ne schnelle Drehung gekriegt momentan ist das ganze noch äh oh zö ja er ist ja ganz schön gechimpt runter jetzt nicht mehr er ist draußen und ich krieg ne schnelle Drehung wuhuu das ist mir immer das liebste achja das war ein Wochenende Eier und Speck bitte Eier und Speck ich weiß jetzt grad nicht was du meinst war klar das ist bestimmt aus einer der unzählen Serien ich gucke nein ich will da hoch neben der Eier und Speck ist mir das am liebsten ach so du kennst was ich meine ja du kennst was ich meine äh ich kennst was du meinst also so hier schneit's hm? hier schneit's gar nicht wahr? doch klar schneit's hier das ist Asche oh hier schneit's Asche oder ich mein das ascht ja keine Asche und regnet tust du Asche ja auch nicht also schneit's Asche oder nicht nicht? ok dann halt so so gib du mir mal einen Auftrag hier was weiß ich wir so machen grad im Schneegebiet du nimmst dir jetzt äh den sch äh Motorrad das Motorrad? ok suchst die Eisbiste äh die Schneepiste und fährst da runter tja welche heißt das Schneepiste? Schneepiste Skigebiet so muss ich gleich das Motorrad nehmen und mit dem Motorrad die Eisbiste suchen? nein aber du konntest die Eisbiste suchen und dann mit dem Motorrad runterfahren gut die Eisbiste war nämlich irgendwo hier war es das obere oder das untere Dorf das oberen ne? äh ich bin mir nicht sicher wäre das obere gewesen nein wir werden's sehen los mach schneller wir warten hier nicht ewig wir werden uns zum Ziel das ist schön da werden wir da werden wir ja das ist ja gut alles ist es nicht hier waren wir schon häufiger aber das ist definitiv nicht da war es das andere äh äh F F F F F puh so ich hole mir jetzt schönes Fahrzeug und Fahrzeug mal klein so echt ein einsteigen bitte und dann mal die Karte aufrufen und markieren äh shit ich hoffe das war das 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 und dann habe ich ein Problem uh da wo ist das ach sei doch nicht immer so aggressiv das sind Touristen das sind Touristen das sind Terroristen das sind Terroristen das ich nicht nein Freunde versuchen wir nicht zu töten ich nicht ich denke nicht guck mal ich habe mich selber getötet ich meine ich habe mich selber getötet ja ja ist doch schön was ist daran schön weiss nicht und warum mache ich so ein Scheiß Lass dich mir anzusehen hoff ich doch mal hoff ich doch mal das war perwärts muss das sein und ich möchte meinen Zuschauern jetzt auch nicht zunuten was du da gesagt hast so warum nicht so exkiltriere nämlich ich sag so exkiltriere nämlich ich sag so exkiltriere nämlich äh und zwar mal in das Dorfland wo ich eben fahren wollte was ich ja mit Bravour nichts erreicht habe und zwar überhaupt nicht warum doch die Exfiltration jetzt zu lange fliegt mal ein bisschen schneller weißt du was ich glaube was ich beruflich machen werde da werden wir dein Kind hat immer die Erschilden geflogen Zikana? hatte ich auch erst überlegt dachte ich mir dann so nähnung ein scharfes Chili essen und das konnte ich nicht Stimmt scharfe Sachen ist nicht immer so mein Ding deswegen habe ich eigentlich gedacht ich mache so ein bisschen was softeres so Oder? Sieht dann aus? Ja, doch! Doch! Da ist es! Da ist das Ding!